Sind Sie stressgeplagt oder leiden Sie unter Schlafproblemen? Fehlt Ihnen die Energie? Was haben gestresste Manager, Spitzensportler und Yogis gemeinsam? Sie schwören auf die Kraft von Ashwagandha. Von der ayurvedischen Medizin bis zur modernen Wissenschaft. In diesem Video erfahren Sie, warum Ashwagandha als Wunderpflanze gilt und was sie für ihr körperliches und geistiges Wohlempfinden tun kann. Und sehr interessant, wir schlagen eine Brücke von der Ayurveda-Medizin Indiens zur chinesischen Medizin. Ashwagandha gilt als natürliches Adaptogen, das Ihren Körper und Geist in Balance bringen kann. Sind Sie bereit für mehr Vitalität? Los geht's! Als indischer Gingsing wird Ashwagandha bezeichnet. Eine Pflanze, die seit über 3000 Jahren einen festen Platz hat in der Ayurveda-Medizin. Aus der Gruppe der Nachtschattengewächse kommt Ashwagandha und wir bezeichnen sie auch als Schlafbeere oder als Winterkirsche oder wie gesagt eben als indischer Gingsing. Interessanterweise werden die Wurzeln und Blätter dieser Pflanze genutzt und hier haben wir über 35 chemische Wirkstoffe drin. In erster Linie die sogenannten Vitanolide. Das ist also die am besten erforschte Wirkgruppe oder Wirksubstanz dieser Pflanze. Und neben diesen vielen Wirkstoffen enthält Ashwagandha auch noch eine ganze Menge an Eisen. Interessant ist die Gemeinsamkeit mit Gingsing, denn viele Substanzen ähneln den Substanzen auch in Gingsing, weshalb eben hier einmal so der asiatische Gingsing, die Variante China versus die Variante Ingwer mit Ashwagandha. Dann besteht also ganz interessant, dass die beiden Kulturen so eine eigene Heilpflanze jeweils hatten, die sich dann noch chemisch ähneln. Also das ist das wirklich Erstaunliche medizinisch. Seit Jahrhunderten ist Ashwagandha bekannt und es wirkt hier als Antibiotikum, als Antiflogistikum, also gegen Entzündungen auch leicht sedierend, also beruhigend als Tonikum und in erster Linie mal als Adaptogen. Das heißt, man sagt der Pflanze nach oder den Wirkstoffen nach, dass sie eben die Stressresistenz verbessert, dass es antioxidativ wirkt, dass auch das Immunsystem wirklich gut profitiert von Ashwagandha. Und in diesem Video schauen wir uns ganz einfach mal an, ob das tatsächlich so ist. Der Ashwagandha soll ja das allgemeine Wohlbefinden sehr stärken und dazu gehört natürlich auch, dass man weniger Schmerzen hat. Und hier hat Ashwagandha wirklich sehr, sehr interessante Aspekte. Es hat nämlich einen ziemlich starken antiarthritischen und entzündungshemmenden Einfluss. Das bedeutet, es wirkt eben auf die Gelenke. Dort sind biologisch aktive Steroide drinnen, also Substanzen, die wir jetzt mal im erweiterten Kreis des Kortisons sehen können. Und genau hier wirkt dieser Wirkstoff, der übrigens Vitaferin heißt, eben antiarthritisch. Das heißt, die Gelenke, die können im Prinzip sehr profitieren, indem es hier eine Entzündungsunterdrückung macht, indem es im Prinzip auch keine toxische Wirkung hat, keine Nebenwirkung macht. Und deswegen wird Ashwagandha hier im Ayurveda traditionell angewandt, zur Behandlung von Gelenkerkrankungen, auch zur Behandlung von Gelenkschwellungen, Schwellungen insgesamt. Und dort hat man auch gesehen, dass sich die Beweglichkeit verbessert. Man hat eine sehr schöne Studie gemacht, 2016, mit 60 Teilnehmern, doppelt blind. Die haben unter Knieschmerzen gelitten. Die haben dann zwölf Wochen Ashwagandha erhalten. Die eine Gruppe hat 250 Milligramm, die andere 125. Und dann welche, die haben halt gar keins erhalten, ein Placebo. Und dort ist dann rausgekommen, dass tatsächlich die Menschen, die am meisten Ashwagandha-Wirkstoff bekommen haben, dass die die merkliche und die beste Wirkung im Prinzip von diesem Wirkstoff hatten, dass diesen Menschen einfach besser ging mit ihren Knieschmerzen. Falls Sie es noch nicht gemacht haben, abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal und aktivieren Sie die Glocke. So verpassen Sie kein einziges Video mehr. Und YouTube schlägt Ihnen automatisch die Videos vor, für die Sie sich interessieren. Ganz, ganz wichtig, Ashwagandha kann, und die Wissenschaft ist sich noch nicht so ganz im Klaren, die Schilddrüsenfunktion verbessern. Es wird traditionell angewandt bei Menschen, die natürlich erschöpft sind und müde sind. Und die haben natürlich häufig eine Schilddrüsenunterfunktion. Und das ist das Paradoxe, dass dort natürlich viele Leute skeptisch sind, ausgerechnet dann die Schlafbeere zu nehmen, die den Schlaf verbessert, wenn sie doch eh schon müde sind. Aber keine Sorge, Ashwagandha macht Ihnen an der Tagesmüdigkeit gar nichts. Also es verbessert den Nachtschlaf, aber es führt nicht zur Tagesmüdigkeit. Und die Schilddrüsenunterfunktion, die kann natürlich dann auch eine Folge sein von einer stressbedingten Überlastung im Hormonsystem, im Stresshormonsystem. Und Ashwagandha ist sicherlich hier ein Versuch wert, um auch im Prinzip stressbedingte Ursachen wie Erschöpfung, Burnout und so weiter eben mal auszuschließen. Und Ashwagandha soll hier die Schilddrüsenhormonproduktion ankurbeln. Und das ist wissenschaftlich noch nicht hundertprozentig abgesegnet. Deswegen diese Informationen jetzt mal in Anführungszeichen setzen. Aber es gab hier eine sehr, sehr interessante klinische Studie aus dem Jahr 2018, eine PLU-Studie. Und dort hat man einfach gesehen, dass Teilnehmer die Ashwagandha genommen haben. Und hier ging es dann über 600 Milligramm, also 600 Milligramm über acht Wochen, Ashwagandha-Extrakt. Und dort hat man gesehen, dass die Schilddrüsenhormone T3, T4 sich wahnsinnig erhöht haben. Also Schilddrüsenhormon T3 Produktion um 40 Prozent erhöht. Schilddrüsenproduktion Hormon T4 um 19 Prozent erhöht. Also das ist schon eine wirkliche, wirkliche Ansage. Und deswegen hier auch die Bitte, dass man auf gar keinen Fall Ashwagandha bei einer Schilddrüsenüberfunktion nehmen sollte, solange das wissenschaftlich noch nicht sauber alles durchdekliniert ist. Und eines der großen Domänen von Ashwagandha, worum es jetzt auch in den letzten Jahren einfach wirklich ein riesengroßer Trend geworden ist, ist einfach die Reduktion von Stress und Unruhe und die Förderung von gesundem Schlaf. Das ist etwas, was im Tierversuch erst mal aufgefallen ist. Und man hat natürlich versucht, das alles zu untersuchen, was seit Jahrtausenden bekannt ist. Aber im Tierversuch ist dann aufgefallen, dass eben Tiere, die ein Ashwagandha-Extrakt bekommen haben, deutlich weniger gestresst waren. Kortisol ist ja unser wichtiges Langzeitstresshormon und bei anhaltender Stressbelastung, dann bleibt erst mal dieser Kortisol-Spiegel hoch, bevor dann dieser Kortisol-Spiegel irgendwann zusammencrashed. Und auch sehr interessant bei Nebennierenschwäche ist Gingsing eine sehr, sehr bekannte und traditionell geführte Heilpflanze, wo auch nachgewiesen wurde, dass eben die Einnahme von Gingsing den Kortisonspiegel wieder stabilisieren kann, ähnlich wie auch eben Ashwagandha. Und Ashwagandha ist so eine Substanz, die dafür sorgt, dass man mit dem Stress wieder ein Stück weit besser umgehen kann. Der Stress wird abgebaut, das Nervensystem wird gestärkt. Ashwagandha verbessert so ein Stück weit die Entspannung und auch die geistige Klarheit und auch das emotionale Gleichgewicht, also so eine leichte Depressivität und so weiter. Das wird auch mit Ashwagandha sich verbessern. Zumindest ist es so in den Studien. Man hat also 2001 mal eine sehr, sehr große Studie gemacht an Nagetieren. Dort hat man gesehen, dass die Tiere dann viel, viel stressresistenter geworden sind, dass sie nicht so hohe Blutzuckerspiegel entwickelt haben, dass sie nicht so hohe Kortisonspiegel entwickelt haben, dass sie eine Verbesserung hatten bei Magengeschwüren. Also dass die Magengeschwüre so eine typische Antwort auf Stress sind. Diese Tiere haben dann diese Magengeschwüre nicht so entwickelt wie andere Tiere. Also sehr, sehr interessant. Und dann ist die University of Texas auf die Idee gekommen, das Ganze mal im Gehirn zu untersuchen. Was macht Ashwagandha da? Und dort haben sie gezeigt, dass das Extrakte von Ashwagandha, die sogenannte Neurotransmitteraktivität von GABA. GABA ist einfach so ein Neurotransmitter, der in unserem Gehirn aktiv ist, der unsere Aktivität der Nervenimpulse runterreguliert und dadurch eben eine beruhigende Wirkung hat. Und sie haben eben gezeigt, dass dieses Ashwagandha so eine ähnliche Wirkung am Rezeptor hat, weshalb es dann einfach auch für einen guten Schlaf sorgen kann. Insbesondere diese neuronale Überaktivität, die kann eben zu Unruhe und Schlaflosigkeit führen. Und viele Menschen, die Ashwagandha längere Zeit einnehmen, die sagen dann, ja, wenn ich das vom Schlafengehen nehme, hilft mir das einfach, meinen Kopf so ein bisschen zu beruhigen. Immer wieder bekomme ich die Rückmeldung aus meinem Therapeuten-Netzwerk und aber auch direkt von meinen Patienten. Und viele sagen dann, ja, seitdem ich das nehme, fühle ich mich auch besser, da ist meine Angst weniger. Und das ist im Prinzip ganz interessant, dass auch das Ashwagandha auslösen kann, auch wenn man es sozusagen offiziell nicht von Ashwagandha behaupten kann. Das möchte ich klarstellen, dass es keine Gesundheitsaussagen zu Ashwagandha gibt, sondern eben nur diese Studienlage. Aber in der täglichen Praxis berichten Menschen das immer wieder, dass eben hier diesen Zusammenhang gibt. Und es scheint eben damit zusammenzuhängen, dass Ashwagandha ähnlich eben wie dieser Neurotransmitter GABA wirkt. Wir wissen ja, dass chronischer Stress nicht gut für uns ist. Das Immunsystem spielt nicht mehr so mit. Das kommt einfach zu Problemen mit dem Denken, mit dem Merken, zum Magengeschwüren, dann vielleicht auch zu sexueller Dysfunktion. Und wir kriegen einfach auch dann ein Problem mit dem Blutzuckerspiegel, wenn wir also ständig diese Stresshormone ausschütten. Und so ist es nicht verwunderlich, dass sich Ashwagandha durchgesetzt hat und in Indien eben eines der beliebtesten Beruhigungsmittel ist. Ja, und Ashwagandha kann noch mehr. Es kann leicht antibiotisch wirken. Wir wissen ja aus der Medizin, dass viele ätherische Öle, viele Zusätze, viele Extrakte eben antibiotische Wirkung haben. Wir nutzen das ganz besonders intensiv bei der Behandlung von SIBO. Aber als ich junger Assistenzarzt war, in meinem Unfallkrankenhaus wohlgemerkt, eine der bekanntesten berufsgenossenschaftlichen Kliniken Deutschlands. Dort habe ich auch nicht schlecht gestaunt, als ich dann auf der Station gesehen habe, dass die Schwestern dort eine sogenannte Aromatherapie angeboten haben. Ich dachte natürlich bei Aromatherapie irgendwas mit Gerüchen. Aber nein, es waren ätherische Öle. Auf dieser Station wurden septische Patienten behandelt, also Wunden, die schlecht geheilt haben. Und dort hat man tatsächlich in so einem richtig knallharten schulmedizinischen Unfallkrankenhaus eben auch damit gearbeitet. Und interessanterweise kann Ashwagandha hier was Ähnliches. Der Wirkstoff Vitaferin A, der hemmt eben in einer bestimmten Konzentration diverse Bakterien, Gramm-positive, Gramm-negative Bakterien, auch säurefeste Bakterien. Und dort ist nachgewiesen worden, dass eben hier sogar ein gewisser Schutz vor Aspergillus-Infektionen eintritt, wenn man eben so ein Ashwagandha-Extrakt nimmt, beziehungsweise wenn man einfach direkt Ashwagandha in Verbindung bringt mit Bakterien. Also ganz interessant, was da auch noch passiert. Die sogenannte Makrophagen-Aktivität, die wird angeregt. Makrophagen sind also unsere Fresszellen, die dann tatsächlich ins Gewebe kommen und im Prinzip ja schlechte Zellen aufessen, beziehungsweise auch Bakterien und so weiter angreifen. Und dann hat Ashwagandha noch eine antioxidative Wirkung. Und das Problem ist, dass wir ja in unserem Nervensystem, in unserem Gehirn ja sehr anfällig sind für diese freien Radikale. Und das ist ja ein großes Problem. Freie Radikale können das Nervengewebe schädigen. Sie sorgen dann dafür, dass wir früher altern und sorgen dann auch dafür, dass wir halt diese neurodegrenativen Erkrankungen eher bekommen, wie eben Epilepsie oder Schizophrenie oder Alzheimer und diese Dinge. Und auch hier kann Ashwagandha was recht Gutes tun für uns. Es schiebt die Aktivität von gewissen Enzymen an. Beispielsweise der Superoxid Dismutase oder der Glutathion Peroxidase oder auch der Katalase für diejenigen, die sich ein bisschen näher dafür interessieren. Und eine Verminderung dieser Enzyme führt dann letzten Endes zu einer toxischen Anreicherung von freien Radikalen. Und hier wirkt Ashwagandha im Prinzip. Und Ashwagandha sorgt hier für Harmonie, verbessert die Gehirnleistung. Und da gibt es einige Studien, die darauf hinweisen, dass eben die Gehirnleistung und die Gedächtnisfunktion verbessert wird. Und man vermutet eben, dass es hier über die Steigerung der Enzymaktivitäten geht beziehungsweise über das Einfangen der freien Radikale. Und so hat man 2014 hier eine interessante Studie gemacht. Da hat man 20 Männern 14 Tage lang zweimal Ashwagandha-Extrakt gegeben. Und gegenüber der Placebo-Gruppe haben die eine deutliche Verbesserung bekommen in ihrer Reaktionszeit, in der Gehirnfunktion und so weiter. Drei Jahre später hat man dann nochmal eine ähnliche Studie gemacht, wo man gesehen hat, wieder, dass die Reaktionszeit der Teilnehmer sich verbessert hat, die Fähigkeiten des Gehirns eben zu reagieren. Die Informationsverarbeitung, die ging schneller. Und die Menschen hatten einfach wieder ein besseres Gedächtnis. Ja, hoher Stresshormonspiegel, Angstzustände, Schlafstörungen können natürlich zu hohem Blutdruck führen. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass auch hier Ashwagandha die geeignete Heilpflanze sein könnte. Vor allem, wenn es sich um einen Blutdruck handelt, der eben aufgrund dieser sekundären Faktoren entwickelt wurde. Und hier könnte Ashwagandha vermutlich dagegen ansteuern. Also auch hier gibt es wieder interessante Studien. Das Ganze ist eben hier auch noch nicht sauber durchdekliniert. Aber warum nicht? Ein Versuch ist es wert. Ebenso sieht man, dass Ashwagandha und Long-Covid eventuell, Patienten mit Long-Covid profitieren. Auch hier hat man eine Studie gemacht. Dass die Lebensqualität nach Long-Covid verbessert wurde. Auch die Lungensituation, das Atmen, das Luftholen und auch die Kreislaufbelastung, die wurde hier mit dem Wirkstoff im Prinzip besser. Und deswegen hat man hier eine Studie gemacht. 50 junge, gesunde, sportliche Erwachsene, die haben dann das Ashwagandha genommen. Und dort hat man gesehen, dass sie die kardiorespiratorische Ausdauer maximiert haben. Und das ist das, was viele junge Leute dazu bewegt, Ashwagandha einzunehmen. Weil die sagen, da habe ich eine bessere sportliche Leistung. Und deswegen trendet gerade Ashwagandha unter den Jugendlichen, beziehungsweise auch einfach unter jungen Männern, die viel ins Fitnessstudio gehen. Und deswegen ist Ashwagandha momentan richtig trendy. Und nicht nur Hobbyathleten, sondern auch Profis nehmen Ashwagandha. Und das ist in Athletenkreisen auch sehr, sehr beliebt. Dort hat man 2021 mal eine Studie gemacht. Und dort wurde gezeigt, dass Athleten, die Ashwagandha-Extrakt genommen haben, eben eine verbesserte Situation hatten. Sie haben sich schneller erholt nach ihrer körperlichen Belastung. Die Müdigkeit war deutlich weniger. Und sie hatten mehr Energie. Die Erholungsphasen bei Profiathleten, das ist ja auch ein wirklich großes Thema. Und dort wird sehr, sehr viel geforscht. Wie kann ich die Zeit zwischen den sportlichen Belastungen im Prinzip optimal nutzen, damit die Athleten sich schnellstmöglich wieder erholen. Ashwagandha rückt immer mehr ins Interesse der Wissenschaft. Und somit ist es nicht verwunderlich, dass auch die Krebsforscher Ashwagandha für sich entdeckt haben. Und hier ganz interessant, dass an tierischen Zellkulturen gezeigt werden konnte, dass Ashwagandha im Prinzip diese Apoptose auslösen kann, diesen Zelltod von Krebszellen. Und das auch in anderen Studien gezeigt werden konnte, dass bei Labortieren durch Ashwagandha-Extrakt dann die Tumorgröße zurückging. Man hat also hier bei Lungentumoren, bei Mäusen untersucht, dass man die Substanz den Mäusen gegeben hat versus nicht gegeben. Und die Mäuse haben dann mit dem Lungentumor eben hier eine deutliche Rücknahme des Tumorwachstums verzeichnen können, nach dem Verabreichung von Ashwagandha war nach sieben Monaten das histologische Erscheinungsbild der Lungen im Prinzip genauso wie der Gruppe, die keine Tumore hatten. Also das ist schon ganz, ganz erstaunlich. Und 2007 hat man dann das erste Mal an der Universität in Indien entdeckt, dass der Cholesterinwert sich auch unter Ashwagandha verbessert hat. Und auch Blutfettwerte, also die Triglyceride, auch das Verhältnis HDL, LDL und so weiter, das hat sich verbessert. Und 2012 hat man dann eine Studie gemacht an 18 Probanden, die dann erst mal gezeigt haben, dass tatsächlich das Ganze in der Praxis funktioniert. 400 Milligramm Ashwagandha-Extrakt haben sie bekommen. Und dort ist dann der Triglyceride-Spiegel, also der eigentlich wahre Blutfettspiegel, gesunken. Und der nüchternen Blutzuckerwert, der ist dann auch merklich gesunken. Und dann hat man weitergevorscht und dann hat man gesehen, dass Ashwagandha auch Anti-Aging-Eigenschaften hat. Das heißt, man hat also hier an Männern mal geschaut, so ab 50, was macht Ashwagandha mit denen. Und dann hat man gesehen, erst mal die Blutwerte verbessern sich und vor allem das ergraute Haar, das wird rückläufig. Das heißt, der Farbstoff des Haares wird wieder produziert. Und nebenbei hat man gesehen, dass der Serum-Cholesterin-Spiegel gesunken ist. Und über 70 Prozent der Teilnehmer haben über eine Verbesserung der sexuellen Leistung gesprochen. Und das ist so etwas, was immer wieder berichtet wird von Ashwagandha. Aber bevor wir zu den Männern kommen, kümmern wir uns erst mal um die Frauen. Und auch hier gibt es positive Nachrichten von Ashwagandha. Warum? Man hat eine Studie an über 100 indischen Frauen mit Wechseljahresbeschwerden gemacht. Die nahmen dann acht Wochen lang diesen Extrakt ein. Zweimal täglich je 300 Milligramm oder eben ein Placebo-Präparat. Und dort hat man gesehen, nicht nur die Psyche hat sich verbessert und ihnen ging es nicht nur körperlich besser, aber auch der Hormonspiegel, der stieg. Und das ist ganz interessant, dass ausgerechnet der Östrogenspiegel gestiegen ist, während sich die Spiegel der beiden Hormone von FSH und LH, das sind also die Hormone, wo wir messen können, ob die Frau schon in den Wechseljahren ist, die sanken wieder. Also genau das Gegenläufige ist passiert, was passiert, wenn wir in die Wechseljahre kommen. Also mega, mega spannend. Und ebenfalls war spannend, dass sich der Testosteronspiegel bei diesen Frauen nicht verändert hat. Und genau das ist ja das Interessante bei den Männern. Es gibt eine verbesserte Fruchtbarkeit bei Männern unter Ashwagandha. Sowohl der DHIA-Spiegel, aus dem ja dann das Testosteron gemacht wird, aus dem dann auch das Östrogen gemacht wird, aber auch der Kortisonspiegel, aber auch der Testosteronspiegel, der spricht eben positiv an bei Männern. Zudem konnte gezeigt werden, dass sich die Spermienzahl, die Spermienbeweglichkeit unter Ashwagandha verbessert. Also ganz, ganz interessant ist eben hier diese Stoffgruppe in Ashwagandha. Warum? Weil Männer sich einfach gern bewegen, sie trainieren gerne. Natürlich haben die Männer auch nichts, wenn sie in ihren Wechseljahren sind, dass das Haar so bleibt, wie es eigentlich sein soll. Also ich kann nur hoffen, dass die Wissenschaft hier wirklich weiter forscht, dass für uns Männer dieses Ashwagandha eben noch besser erforscht wird. Bleibt uns noch die Frage zu klären, wie viel Ashwagandha sollte man denn täglich einnehmen und vor allem, wer soll es nicht täglich einnehmen? Schwangere, stillende, Menschen mit Bluthochdruck, das haben wir gesehen. Auch Menschen mit Diabetes müssen ein bisschen aufpassen, weil Ashwagandha hier den Blutzuckerspiegel verbessern kann. Also sprechen Sie das erstmal mit Ihrem Arzt ab, wenn Sie zusätzlich noch senkende Medikamente nehmen und dann natürlich auch Leute mit Schilddusen, Funktionsstörungen, insbesondere mit der Überfunktion, auch mit psychischen Störungen, Autoimmunerkrankungen und so weiter. Klären Sie das bitte mit Ihrem Arzt ab. Und wie viel sollten wir nehmen? Ja so zwischen 250 und 500 Milligramm sollten es pro Tag ungefähr sein. Ich selber war so von Ashwagandha begeistert, dass ich es als liposomales Produkt gebracht habe. Liposomale Produkte, da ist einfach die Aufnahme nochmal verbessert in den Körper. Können Sie mal vorbeischauen im Shop. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mich gefreut, dass Sie wieder mit dabei waren. Danke an die Kanalmitglieder, die diese Videos möglich machen. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video. Bis dann.